Hallo liebe Gartner und Werklingsfans, ich bin die Nicole und ich zeige euch heute fünf verschiedene Varianten, wie man schnell und einfach ein Adventgesteck basteln kann. Variante 1, ganz natürlich mit getrockneten Früchten und Zepfen. Variante 2, in weißem Silber gehalten, lackierte Samen und Zepfen. Variante 3, ganz natürlich mit Reisig, Kiefernreisig, Duyen und Früchten. Variante 4, mit alten Christbaumkugeln und etwas Duye, ganz in Kupfer und Bronze gehalten. Und Variante 5, unsere letzte Variante, in Gold und Rot gehalten. Kohle 1, 2, 2. Drucker und Zepfen, Burt für unseren Zepfen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.